Die Dialogveranstaltungen sind immer wieder eine Möglichkeit, Jugendliche und junge Erwachsene zu Gespräch kommen lassen, auf eine Bühne bieten für Musik, Tanz, aber auch im Dialog zu treten mit Erwachsenen zu spannenden Themen. Schon das fünfte Mal immer wieder mit einem speziellen Fokus, den Jugendliche und junge Erwachsene betrifft, den den Fokus mit Graubünden, mit Situationen und Herausforderungen, aber auch mit Möglichkeiten, die wir immer wieder eine Bühne bieten. Musik Eine Dialogveranstaltung läuft eigentlich immer gleich ab. Man kommt zusammen, hört einen Input, der so ins Thema einführt, zu. Und dann haben junge Leute, meistens junge Leute, etwa die auch Bands, die Möglichkeit zum Auftreten. Ein Stückchen, zwei und dann geht es weiter in ein Podium, wo Leute aus der Region oder Leute, die aus dem Thema kommen, miteinander ins Gespräch kommen. Zum Abschluss nochmal ein Stück oder eine Darbeutung von diesen jungen Leuten. Und hör in Ausnahme nicht sonst mit einem Apero, dass man verstärkt nach dem Feierabend wieder nach Hause kann. Ich liebe es, die Situation. Ich liebe es, nur noch mal mehr. G� hormonierer. I will, dass du auf die Setz wird, Ich liebe es, như in der Kanal. Ich liebe es, nicht. Ich liebe es, nicht. Ich liebe es, natürlich. Ich liebe es,Roh, ich liebe es. Ich liebe es, auch im Weg. Ich liebe es, meine Güte. Ich liebe es, auch nicht,